Jaina gegen Reksa! Lasst die Jagd beginnen. Ihr habt es so gewollt. Die... Die Karte brauche ich gerade noch nicht und die brauche ich gerade noch nicht. Was soll ich mit vier Mana-Karten? Puh. Das wird interessant. So. Find er an? Ne, ich... Also entweder... Ne, komm, hier, den. So. Ob er direkt weiß, wie hier der Hase läuft. Was soll ich damit? So, den brauche ich noch nicht. So. Den Schamanen... Äh, den Voodoo-Doktor will ich jetzt noch nicht benutzen, weil ich habe noch kein Leben verloren. Das heißt, ich gebe an der Stelle jetzt ab. So. Der macht drei Schaden anstürzt, der hat nur einen. Aber mit dem... Das war's. So. Legt euch nicht mit Zahne an! Tome mein ich, ja? So haben wir nämlich nicht gewettet. Okay. Also. Ich möchte gerne, dass wir in ein Schaf verwandeln. Okay. Toll. Und dann... Ich störe mich jetzt an und töte es damit. Das war's. Ja, manchmal muss man so Sachen tun. Okay. Ist gut. Ich ziehe einmal an meine Karte. Der ist jetzt noch zu früh. Ich möchte diese benutzen. Das war's. Okay, also er hat jede Menge Diener dabei. Ansturm. Drei Schaden. Warte mal. Machen wir erstmal das. Dann sind schon ein paar von den Viechern weg. Ansturm drei. Ansturm drei. Ansturm drei. So, damit habe ich wieder fast 30 Leben. Ansturm drei. Er hat auf jeden Fall viel stärkere Karten als ich sie habe. Die Karte macht auf jeden Fall Sinn gerade. Diese Karte macht Sinn gerade. Fazit zum Ausnitt. Kostet meinen Stahl! Kannst du meinen educatorieren? Kannst du meinen? Meine ich... Okay, die Karte war natürlich... Das ist schon eine miese Sau. Okay, ich werde die natürlich ziehen, weil die macht... Das war's. Ich hoffe, dieses Vieh greift mich an und ich umzaunen. Okay, also erstmal, ich brauche eine Karte. Ich nehme jetzt zwei Karten. Okay, so. Oh toll, das hat's ja gebracht. Ähm... Ich sollte... Ich sollte die Spottkarte ziehen. Was für ihn. Der gibt mir gleich richtig doll Aua. Was ist da? So. Fünf und vier sind neun. Sie werden nicht wissen, wie Ihnen verschieben. Zack. Habe ich jetzt gerade die Karte da noch vereitelt oder was? Oh, jetzt holt er aber die ganzen Klopper raus. Jetzt holt er die ganzen Klopper raus. Okay, warte mal. Ja, was habe ich für eine andere Wahl bitte? Ich habe sowieso verloren. Jetzt. Es sei denn, er greift so ein Vieh an. Aber wenn er mich angreift, aus. Okay, das war's. Ich bin aus. Also langsam. Ich bin aus. Ich bin aus. Ich bin aus. Ich bin aus.